So, hallo ihr Lieben, wir haben es jetzt geschafft, wir sind am Summit, also am höchsten Punkt hier, da hinter mir ist der höchste Punkt, vor mir geht gerade die Sonne unter, im Meer vor der Küste von, nein, im Meer vor einigen Inseln von Fiji und ich sage euch, das ist genial, wir sind das letzte Stück hochgerannt, mein Herz pumpt, ich habe endlich wieder was getan, das tut so gut, mir geht es hammergut, es schaut aus wie im Paradies, es ist wie gemalt, wie aus einem Pixar-Movie und ob es bei euch gerade genauso ist, I doubted, I doubted.